Ja, wir wollen mal anfangen, damit, dass ihr da seid. Davor gab es hier so einen Schreibworkshop mit dem Ton und ich wollte wirklich Energie, das ist ja noch mal gut, und ich wollte jetzt noch die Texte und hier, hä, so, oder nicht. Ja, das sind zusammen, die so rechten. Ich kann es ja mal probieren, dann sehen wir ja, wenn es ankommt. Ja. Aber gut. Ja, nur noch zwei, drei, zwei. Möchtest du? Ja, was ist noch? Also. Ja, ich kann das auch streamen. So. Soll ich es noch machen, dass du es noch machen möchtest? Mach noch eins. Also mach mal alle, oder? Okay, mach dann Staube. Augen hin. Wie wer ist? Woher kommt sie? Ja, denn? Wie ist es? Schnee. Dicken Tag. Wie ist es denn so? Würde. Dicke Sachen sind ein Geschenk. Kalte Füße haben alle Frauen. Und alle Männer haben dicke Socken. Und. Moment mal. War das korrekt? So, es wird Dinge entstellt. Und organisiert es voller Leidenschaft. Irgendwie das Blumenbeet. Mit Fummi Stiefel. Wie war das nicht? Wie war das nicht? Ja. 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 Wie war das nicht? Ja. Ja. Wie. Es soll sich am Verhanden. Das ist besser. Hast du eigentlich schon? Lass uns dann Basis durch die Trüten laufen. Und wir sehen das hier, ja? Und wir sehen das hier, ja? Jetzt wird es hier, ja? Das ist hier. 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 Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.